Grüß euch und herzlich willkommen zu Folge 14 bei Reden mal Natur, der Natur im Garten-Podcast. Mein Name ist Tamara Will und ich habe heute das Vergnügen, die liebe Martina Wappel bei mir im Studio begrüßen zu dürfen. In der heutigen Folge sprechen Martina und ich über den unglaublich ersehnten Saisonstart am Balkon und auf der Terrasse sowie die zahlreichen Möglichkeiten der Nutzung. Doch zuallererst, bevor wir über die schönen Gestaltungsmöglichkeiten eines Balkons sprechen, reden wir über dich Martina. Du bist Gartenpädagogin im Beratungsbildungs- und Wissensteam beim Natur im Garten und selbst begeisterte Balkonister. Ich hatte schon zweimal das Vergnügen, dich bei mir im Studio begrüßen zu dürfen und wir hatten auch das Vergnügen, dass wir eben über Balkone, Terrassen, vertikale Begrünungen gesprochen haben. Ich weiß, dass du selbst eine grüne Stadtoase hast, würde ich mal sagen. Worüber freust du dich besonders auf deinem Balkon? Genau, also ich bin jetzt gerade am Auswintern meines Balkons und ich freue mich, dass jetzt einfach alles wieder sprießt. Also ich bin jetzt eh am Wochenende eine Runde gegangen. Jetzt kommen wir gerade Mitte März und ich sehe, dass alle Stauden beginnen anzutreiben. Also einfach, dass es wieder grün wird bei mir am Balkon. Die Topflandschaft kann ja schon echt trübe ausschauen, das muss man schon ehrlich sagen, am Stadtbalkon. Und jetzt geht es so richtig los und ich habe auch schon am Wochenende jetzt einen Marienkäfer beobachtet, der sich sonnt. Ich habe einer kleinen Wildbiene beim Schlüpfen zugeschaut tatsächlich am Samstag. Wie kann ich mir das vorstellen? Ja, also ich habe mir eine Nisthilfe aufgehängt, quasi die Röhrenbewohner. Viele Wildbienen nisten ja im Boden, aber ich habe quasi so die Röhren angeboten, in dem Fall jetzt Schilf und angebautes Holz. Und ich habe beobachtet, dass über mehrere Stunden ist das eigentlich gegangen, dass eine Wildbiene, das Äußerste ist quasi immer zugemörtelt mit so einer Leben-Erden-Mischung und da hat sie sich langsam den Weg nach außen genagt. Und ich habe so wirklich gesehen, wie das Köpfchen dann rausschaut und sie wieder wartet und dann weiter rauskriecht. Und die ersten, die herauskommen bei den Wildbienen, sind die Männchen. Und die warten dann ganz gespannt, bis die Weibchen schlüpfen. Das ist auch immer ganz spannend zu beobachten. Also die Tierwelt erwacht und genau, hat zwar auch ein paar Opfer zu beklagen über den Winter, das können wir vielleicht auch kurz drüber reden, aber im Großen und Ganzen freue ich mich einfach, dass es wieder losgeht. Ja, super. Ich freue mich auch schon echt. Ich habe selbst keinen Balkon, leider. Oder leider, aber ich habe einfach keinen Balkon, aber ich habe eine Terrasse und ich habe einen Innenhof. Und der Innenhof ist gepflastert und ist so quasi mein Balkon, weil es ganz andere Bedingungen sind als hinten im Garten. Weil im Garten, ja, da kann ich mal alles wachsen lassen, da erwacht alles von selbst. Aber der Innenhof, wenn ich da nichts mache, dann ist genau Pflaster und sonst nichts. Deswegen, das ist für mich heuer dieses große Projekt, das ich angehen möchte, wo ich eine Natur reinbringen will, wo es einfach auch ein Wohlfühlort sein soll, wo man nicht nur einfach schnell durchhuscht, wenn man das Haus verlässt. Ja. Da würde mich interessieren bei dir, welche Kriterien muss ein Balkon für dich erfüllen? Ist es mehr die Ruhe? Ist es eine sinnvolle Nutzung? Ist es vielleicht wirklich ein Gemüseanbau? Welche Kriterien würdest du brauchen für einen Balkon? Ja, also wir haben schon einmal ganz ausführlich gesprochen über die Gestaltungsmöglichkeiten und da gebe ich auch immer wieder gerne den Tipp, und das verändert sich ja auch mit den Jahren, tatsächlich, was man möchte von einem Balkon. Und ich kann mich erinnern, es gab Jahre, da habe ich fast keinen Schritt vor die Tür setzen können, weil alles so zu war mit Pflanzen. Also das war einfach too much. Und das habe ich mit den Jahren auch wieder reduziert, damit ich auch wieder ein bisschen mehr Platz habe am Balkon. Dass ich wirklich durchgehen kann, dass ich einen Platz habe für meinen Hängesessel, dass ich wirklich den Tisch immer frei habe, um zu essen, dass da nicht auch vorgezogen wird und eigentlich immer Erde drauf ist und so, sondern dass da auch wirklich ein Bereich ist zum Arbeiten auch mal, zum Essen, zum Freunde einladen. Das wurde wichtig und ich habe einfach gemerkt, welche Pflanzen halten es jetzt wirklich auch bei mir aus? Ja, also das war auch mit den Jahren ein bisschen eine Ausselektion. Welche Pflanzen kommen wieder? Manche verabschieden sich. Und ich habe, glaube ich, auch schon mal erzählt, bei mir wurde es über die Jahre auch eine ziemliche Mischform. Das heißt, ich habe vieles, was blüht, sich über das ganze Jahr. Es ist mir ganz wichtig, dass wirklich in jedem Monat ein Blütenangebot da ist für unterschiedlichste Insekten. Aber dass ich auch Kräuter habe, mit denen ich kochen kann, meine Küche aufpeppe und Gemüse eigentlich im kleinsten Stil. Also Gemüse ist wirklich was, was sehr viel Aufmerksamkeit braucht, regelmäßige Wasserversorgung braucht. Und obwohl ich jetzt keinen Süd-Süd-Balkon habe, wo es wirklich immer hinheizt, wo ich wahrscheinlich täglich gießen müsste, meine ist eher Nordwest ausgerichtet, habe ich trotzdem gemerkt, da bin ich einfach nicht so dahinter. Dem Gemüse, da bin ich recht klassisch unterwegs. Da habe ich quasi meine Tomaten, die ich jedes Jahr habe, habe meinen Basilikum, meine Kräuter, Schnittlauch, Schnittknoblauch, Heckenzwiebeln, also diese Dinge schon. Das ist aber eh schon sehr viel, muss man sagen. Ja, das stimmt. Aber ich habe jetzt keinen Rhabarber oder Kohlrabi, der auch ginge. Ja, die sind halt auch schon sehr platzbedürftig dann auf eine gewisse Art und Weise. Ja, können wir dann auch gerne reden. Ich war zwar dieses Wochenende auf einem Jungpflanzenmarkt, ich freue mich auch, dass es wirklich vor allem jetzt in Wien auch schon so früh im Jahr dieses Gemüseangebot gibt, weil wir Balkongärtner am besten Gemüse im Frühjahr und im Herbst anbauen. Dass das quasi unsere Zeit ist, wo wir von den Temperaturen her und vom Schädlingsdruck her eigentlich am besten unterwegs sind mit Gemüse. Ist das so ein Unterschied für den Garten zum Balkon? Weil ich sage einmal, auch im Garten ist ja jetzt im Frühjahr die Zeit, wo man dann mal langsam zwar noch im Haus zum Aussehen anfängt und so weiter und ein paar Sachen wie die Karotte auch schon draußen einsehen kann. Aber ist da wirklich so ein Unterschied? Es ist insofern ein Unterschied, dass ich wirklich in der Stadt, also ein Balkon ist jetzt nicht zwingend immer in der Stadt, aber viele Balkone, sage ich jetzt mal, sind in der Stadt, da gibt es tatsächlich eine Wärmeglocke im Unterschied zum Garten auf dem Land oder ein bisschen Stadtabwärts. Und da kann es wirklich um ein paar Grad wärmer sein, schon wirklich früher im Jahr. Und dadurch, dass ich vieles vielleicht auch in der Nähe von der Fassade anbaue, also ein Tischhochbeet an der Wand, das strahlt dann auch noch einmal ab und das glaubt man gar nicht, dass es da wirklich um so viel wärmer wird. Und da kann es wirklich sein, dass ich ein paar Wochen früher schon aussehen kann. Das stimmt absolut, weil wenn ich irgendwie mal unter der Woche oder irgendwann einmal in die Stadt komme am Abend, wie der Temperaturunterschied ist, wenn ich dann zu mir nach Haus komme, wo man wirklich merkt, wenn man aus der Stadt rauskommt, dass es merklich kühler ist. Ja, das ist wirklich so. Das können wir uns zu Nutzen machen. Und im Herbst das Gleiche, da ist es einfach dann der Sommerausklang, der länger wird. Na, das ist fisch. Dein Balkon, grundsätzlich, wie schaut der aus? Kannst du mich noch einmal kurz durchführen, wie ich man vorstellen kann bei dir? Genau, also mein Balkon ist im fünften Stock, Nordwest ausgerichtet, das heißt schon viel direkte Sonne, aber jetzt nicht den ganzen Tag über, sage ich mal, einen sehr schattigen Teil. Ich habe viele große Töpfe, sage ich wieder. Groß ist was für dich? Ist wirklich so 30, 40 Liter. Ich habe zwei Hochbeete, eines, das wirklich bis zum Boden geht, ein Tischhochbeet. Darf ich da kurz einhaken? Ja, klar. Würdest du das, ist es sinnvoll, dass man auf einem Balkon, ich denke mir da immer auch mit der Statik, dass das so ein Thema ist, weil große Töpfe werden schwer, Hochbeet ist halt auch schwer, weil viel Erde drinnen ist. Gute Frage, ja. Ist es da besser, dass man sich diese kürzeren, erhöhten Hochbeete nimmt? Ja, das ist eine gute Frage. Ich habe den Vorteil, dass ich keinen überhängenden Balkon habe. Das ist auf jeden Fall was, was man berücksichtigen sollte. In manchen Hausverordnungen kann man das vielleicht auch nachlesen, ablesen, bei der Hausverwaltung nachfragen, wie es mit der Statik ist. Das kann schon auch von Gebäude zu Gebäude unterschiedlich sein. Aber es stimmt, Hochbeete sind auf jeden Fall was, was man sich überlegen muss. Erstens das Erdvolumen, das man einfüllt. Zweitens aber auch die Regenlast und die Schneelast, die wirklich das Gewicht nochmal verdoppeln, verdreifachen kann. Genau, also da ist schon Vorsicht geboten. Aber ich sage mal, diese Tischhochbeete, wo man jetzt unten noch auch schön Platz hat, um Werkzeug zu verstauen, Töpfe zu verstauen, das würde ich mal sagen, wenn man das auch wirklich dann an die Hauswand stellt, ist bei ganz vielen Balkonen möglich. Also man sollte sich da jetzt auch nicht zu viel fürchten, sondern das einfach auch mal ansprechen bei der Hausverwaltung. Aber diese Tischhochbeete sind eigentlich ein guter Standard. Und es gibt ja auch noch diese schönen Vertikalbeete, die quasi auch das Gewicht nochmal schön verteilen. Das geht quasi in die Höhe mit so Pflanztassen. Das ist auch noch eine schöne Möglichkeit. Vielleicht auch weniger Erdvolumen, aber sehr effizient zu gärmen. Das sind wirklich super effizient. Ja, ich habe natürlich auch viele Balkonkästen am Geländer. Die habe ich auch gut abgesichert. Das ist immer wichtig. Die hängen tatsächlich nach außen bei mir. Es tropft aber auch nicht runter auf die Nachbarn. Also es geht wirklich schön in die Regenrinne. Was habe ich noch? Ich habe eine Wurmkiste, die ich auch immer wieder gern erwähne. Was machst du mit der Wurmkiste im Winter? Genau, das wollte ich nämlich erklären. Ich habe gesagt, es waren Opfer zu beklagen über den Winter, aber das ist bei der Wurmkiste nicht so gewesen. Wirklich? Weil meine habe ich leider ein Massensterben verursacht. Ich habe sie wirklich schön. Also ich habe leider keine Möglichkeit, die Wurmkiste drinnen zu überwintern. Im Idealfall hat man ein kühles Stiegenhaus. Ich habe sie auf jeden Fall von unten und von der Seite versucht, bestmöglich zu isolieren. Ich habe die mit Jutta eingewickelt, quasi noch Laub dazwischen, was sich so angesammelt hat. Rückschnitt. Ich habe sie an die Mauer gestellt, möglichst wettergeschützt und habe sie weniger gefüttert. Also das ist schon so, dass man das reduziert im Herbst schon und die Würmer stellen sich dann noch darauf ein und habe sie dann wirklich nur noch kaum gefüttert. Ich kann mir auch vorstellen, dass das wirklich auch angefroren ist dann von der Seite und dass die Würmer dann wirklich auch in eine Ruhestarre verfallen und da auch gar nichts mehr wirklich zu sich nehmen. Und ich war jetzt wirklich sehr froh, dass ich im Februar schon gemerkt habe, da tummelt sich wieder was und dann habe ich wieder begonnen, langsam zu füttern. Da muss ich echt nochmal reinschauen. Vielleicht sind sie einfach nur in eine Starre verfallen, weil ich habe Essen raufgelegt und man hat einfach gemerkt, es tut sich nicht wirklich was. Also es kommt dann auch oft so eine Hanfmatte, die kann man dann noch oben drauflegen. Also das ist vielleicht von oben auch nochmal ein Schutz, wie gesagt von allen Seiten schützen. Und dann kann man einfach nur noch hoffen, dass es sich rausgeht. Ja, hat mich gefreut, genau. Also die habe ich auf jeden Fall da und werde hoffentlich auch heuer wieder ernten können. Ich ernte meistens nur so zweimal am Jahr, dann ein bisschen Kompost, den ich dann so verteile, wenn wir dann noch darüber reden. Und genau, ansonsten habe ich noch einige Kletterpflanzen, von denen ich schon mal berichtet habe. Stauden sind bei mir zahlreich vertreten. Sehr schön. Nein, es ist wirklich ein wunderbarer Balkon, den du hast da wirklich. Supergrün ist, was man daraus machen kann, ist wirklich wahnsinnig bewundernswert. Hast du dein kleines Paradies auch schon aus dem Winterschlaf geholt, sage ich einmal? Hast du schon angefangen? Ja, also ich habe jetzt begonnen. Ich warte immer, so wie wir Naturgärtner das auch machen, gilt das auch für den Balkon. Ich warte sehr lang mit dem Rückschnitt. Ja, außer ich habe ein paar Kletterpflanzen, die wirklich schon ausgetrieben sind und schon nach oben wollten. Die habe ich schon im Februar ein bisschen zurückgeschnitten. Aber ansonsten lasse ich das auch im Herbst quasi alle stehen. Ja, also alle abgestorbenen Staudenteile, weil ich einfach weiß, dass dort wahnsinnig viele Insekten überwintern. Das, was quasi an Laub runterfällt, das tue ich tatsächlich auch auf einen kleinen Haufen zusammenkehren in ein Eck und weiß, dass dort auch Marienkäfer zum Beispiel überwintern könnten. Also quasi das wilde Eck im kleinen Stil sozusagen. Jetzt beginne ich halt auszuwintern. Was mir passiert ist, heuer über den Winter ist, ich habe auch zwei Mini-Teiche. Das ist wirklich einer, ist in so einem Zinkeimer gewesen, Zinkhübel. Und das andere war eigentlich so ein unfunktioniertes Pflanzgefäß einfach, wo ich Wasserpflanzen reingesetzt habe. Und da war auch das Wasser drinnen über den Winter. Normalerweise sagt man, das sollte man eher auslassen, quasi einwintern in frostfreie Keller oder so. Und ich habe das halt draußen stehen gehabt, weil ich keine Möglichkeit habe, das einzuwintern. Und die haben beide ein Loch bekommen. Also da ist das Wasser quasi... Die Spannung war zu groß. Genau, Spannung war zu groß. Und Wasser ist ausgeflossen. Und genau, das war es jetzt mit den zwei Heimann. Also manchmal werde ich halt auch erinnert, dass das halt auch wirklich ein Tipp ist, den man auch beherzigen sollte. Genau. Das muss ich da quasi nochmal anfangen. Aber ja, genau. Es sind die Learnings, ist so. Es sind die Learnings. Es passiert uns allen. Und genau, jetzt beginne ich eben mit dem Rückschnitt. Jetzt treiben eben alle Stauden wieder aus. Ich war jetzt auch eben auf diesem Jungpflanzenmarkt und habe mir tatsächlich jetzt auch einmal wieder Salate geholt, Kohlrabi, irgendeine Kohlsprossenform und habe jetzt mein Hochbeet frisch befüllt. Ah, wirklich ist schon befüllt. Genau. Also ich merke einfach, dass es schon so warm genug ist. Deckst du es noch ab über Nacht oder wirklich draußen? Nein, gar nicht. Ja, das ist jetzt Outdoor-Gemüse. Genau. Super. Und die jetzt quasi schon eben Salate, Kohlrabi, Kohlsprossen. Ich werde jetzt noch ein Rieschen dazwischen sehen und hoffe dann auf meine erste Ernte in zwei Monaten. Es ist super, dass du sagst, so viel Gemüse ist jetzt gar nicht dein Fokus und dann zack, zack, zack. Ja, aber das ist heuer wirklich erstmals, weil ich mir denke, diese Zeit einfach ausnützen bis Mitte Mai irgendwie. Also ich schaue jetzt mal, wie weit die Gemüse kommen bei mir und ab Mitte Mai nach den Eisheiligen kann ich dann mit dem Sommergemüse starten und nutze das jetzt irgendwie einfach. Irgendwie bin ich heuer besser dazugekommen. Ich bin schon gespannt auf die Eisheiligen, wie viel die noch machen oder ob sie schon sanfter werden, wenn man sich anschaut, wie viel schon treibt und einfach wirklich im Saft steht. Zurück zu unserem Balkon-Thema. Wie kann ich mir eigentlich einen Gärtnern am Balkon ohne Garten vorstellen? Es ist ja irrsinnig viel Material, was ich raufbringen muss. Es ist die Erde nicht da, die ich oben brauche, etc., etc. Ja, also ich habe, glaube ich, eh schon beim ersten Pottost mal gehabt, alles, was auf meinem Balkon ist, ist durch Schlafzimmer transportiert worden. Das ist auch wirklich so. Und jetzt, wenn man sieht, wie viel da einfach schon steht, schon erstaunlich, wie viel man da transportieren muss. Das stimmt an Pflanzgefäßen. Auch wenn man recycelt und sich immer mal wieder kleine Mengen holt von da und dort. Töpfe, die überbleiben, ist es trotzdem. Also einfach die Gefäße und die Erde und vor allem hochwertiges Substrat. Das ist einfach das Um und Auf beim Topfgärtnern. Das ist einfach nicht der gewachsene Boden, der, wie wir wissen, einfach ein ganz komplexes System ist aus Pilzen, aus Bakterien, aus ganz vielen Bodentieren, die die Erde so aufarbeiten oder die Nährstoffe so aufarbeiten, dass das die Pflanze überhaupt aufnehmen kann. Das ist auch immer das, wo wir sagen, wenn wir düngen, düngen wir eigentlich nicht die Pflanze, sondern das Bodenleben. Und das wollen wir eigentlich gesunder halten, damit die Pflanze einen guten Nährboden hat, um da die Nährstoffe rauszukriegen. Also kurzum, es lohnt sich wirklich da auch heuer wieder. Das heißt, wenn ihr jetzt dabei seid, vielleicht entweder was neu anzulegen oder wenn vielleicht auch was den Winter nicht überstanden hat, Kästen neu zu befüllen, da wirklich auf das Substrat zu schauen. Da können wir auch gerne drüber reden, wie man sich das vielleicht zusammenmischen kann. Aber grundsätzlich empfehlen wir eben diese torffreien Erden, die man auch noch mit Zuschlagstoffen versehen kann, was das Gärtnern im Topf einfacher macht. Das ist mal das eine. Und das andere ist, dass man halt ein bisschen vorausschauend denken muss beim Gärtnern im Topf. Das heißt, dass ich den Topf schon dorthin stelle, wo ich ihn haben will, bevor ich ihn befülle. Ja, das ist wirklich Nummer eins, dass man nicht alles immer durch die Gegend schleppen muss. Das wäre gut. Aber auf der anderen Seite muss ich auch sagen, dass das Tolle eigentlich am Gärtnern im Topf ist, dass ich, anders als im Garten, wo ich vielleicht den gegebenen Boden habe und mich an den anpassen muss, also habe ich lebigen Boden, habe ich sehr sandigen Boden, dass ich das im Topf einfach selber erstellen kann. Und mir dementsprechend auch die Pflanzen auf dem Balkon, auf die Terrasse holen kann, die ich haben möchte. Also ich kann da wirklich einen Topf gestalten, der sehr nährstoffarm ist, sehr sandig ist. Einen Topf gestalten, der wirklich sehr nährstoffreich ist. Und unterschiedliche Pflanzen brauchen eben diese unterschiedlichen Bedingungen. Und das kann ich im Garten tatsächlich schwerer wirklich nachhaltig erzielen. Also ich kann schon mal eine Ecke haben, wo ich den Rhododendron habe, der eine saure Erde braucht, wo ich auch ein bisschen was zumischen kann. Aber im Topf geht das tatsächlich leichter. Ja, das stimmt. Und ich kann mir auch dann meine Lieblinge, die vielleicht einmal blühen, auch im Topf dann hernehmen und wirklich mal nach vorne stellen, dass ich die Blüte genießen kann. Das kann ich im Garten auch nicht so leicht umsetzen. Also es hat schon noch seine schönen Vorteile, würde ich sagen. Das habe ich mir nämlich heuer gedacht, dass ich die Heidelbeere unbedingt endlich ausprobieren möchte. Und die hat ja auch einen gewissen Anspruch an die Erde. Und da hoffe ich, dass ich die im Innenhof kultivieren kann. Genau, quasi im Topf. Also es ist schon, ich habe eben diese schönen Möglichkeiten. Auf der anderen Seite muss man halt schon sagen, es ist ein erhöhter Pflegeaufwand im Vergleich zum Garten. Also es ist schon so, dass ich da einfach mit dem Gießen zum Beispiel und mit dem Düngen einfach mehr dahinter sein muss, als ich das vielleicht in vielen Gärten sein muss. Also da wird es mir nicht so schnell verziehen, wenn ein Topfer mal komplett austrocknet. Genau, da habe ich im Garten ein bisschen mehr Spielraum. Ja, so ist das immer ein Hin und Her. Ja, aber ich glaube einfach, ich habe jetzt auch am Wochenende wieder einen tollen Vortrag gehört. Dieses Gärtnern am Balkon und auch auf den Fensterbrettern eigentlich ist wirklich, wird Teil unserer Zukunft werden. Also es ist noch immer so, dass mehr Menschen in die Städte ziehen oder dass sich Städte vergrößern. Dieses urbane Umfeld wird größer. Und ich gehe jetzt schon mit ganz anderen Augen durch die Stadt und sehe eigentlich, wie viel Potenzial da ist. Und ich glaube auch, dass die Fensterbretter künftig eine viel größere Rolle spielen werden. Also auch dieses Gärtnern auf dem kleinsten Raum. Und dass wir diese Kühle brauchen werden in der Stadt und dieser Ort auch, wo sich Tiere und Insekten aufhalten. Also wir wissen auch heute schon, dass viel mehr Tiere eigentlich in Städten zu beobachten sind als oft im Umland. Da hast du absolut recht, diese versiedelten Flächen wieder aufzubrechen durch Bepflanzungen ist irrsinnig wichtig und hat einfach ein Wahnsinnspotenzial. Da ist eben eine Frage, wie kann ich es denn machen, wenn ich so ein Naturparadies bei mir haben möchte, wenn einfach so wie bei mir der Innenhof jetzt gepflastert ist. Ich will dieses Naturparadies haben, ich möchte die Artenvielfalt fördern. Was kann ich da machen konkret? Ja, also konkret geht es eigentlich um die Pflanzenauswahl. Also ich bin ein großer Fan von eben dieser großen Mischkultur. Jetzt nicht nur beim Gemüsegärtnern, sondern im Sinne von Gehölze, Stauden, einjährige Blumen, Saatmischungen. Genau, also das finde ich all, also auch Gemüse kann ja dann auch mal blühen und also die Mischung macht es für mich aus. Ja, Tomatenblüten und so weiter. Genau, also bei mir blüht zum Beispiel gerade der Zierkohl aus dem Herbst, wunderschön. Wirklich? Was blüht, glaube ich, genau. Lass ich immer ausblühen. Genau, also die Pflanzwahl ist entscheidend. Und was ich wissen muss, ist eben nicht nur dieses Substrat, über das wir schon gesprochen haben. Es gibt Pflanzen, die brauchen das Magere, andere brauchen vielleicht nährstoffreicheres Substrat. Aber vor allem der Standort, ganz klar, schattig, sonnig, halbschattig. Ich weiß nicht, wie ist es bei dir im Vorhof? Es ist relativ schattig eigentlich. Also die Sonne im Hochsommer schafft es die Sonne übers Dach in den Innenhof. Aber ansonsten ist es eher genau schattig. Ja, also es ist auch oft eine Mischform und auch am Balkon in Städten, auch wenn vielleicht gegenüber ein größeres Hochhaus ist, dann ist es ganz oft so, dass es so eine Halbschatten-Situation ist oder sogar halb-halb, dass es vorne hinbrennt und hinten sogar schattig ist. Und da sind wir so ein bisschen bei den Zonierungen auch, wo ich mich auch mit den Pflanzen anpassen sollte. Hast du das bei dir angewendet, hast du deinem Balkon dementsprechend zoniert? Ich meine, es ist halt das Praktische am Balkon, dass ich mir den Topf dann, wenn er jetzt nicht riesig ist, schnappen kann und umstellen. Was ich da als super Tipp finde, das hat meine Oma immer gehabt. Quasi so kleine Bretter, wo Rollen dran sind und darauf hat sie die Töpfe stehen gehabt und dann hat man einfach auch das schön verschieben können. Ja, das würde ich jetzt so, also so habe ich das nicht umgesetzt, weil ich das glaube ich lieber trotzdem habe, dass sich die Pflanzen einstellen können auf das, was kommt. Also da wähle ich wirklich, ich habe wirklich eine Seite, die ist nordausgerichtet, die ist sehr schattig und kühl, also auch im Winter und im Herbst. Da geht es bei dir ums Eck, gell? Genau, das geht so ein bisschen ums Eck. Und der vordere Bereich ist, würde ich mal sagen, Halbschatten, weil ich da einfach nicht über den ganzen Tag Sonne habe, sondern so, weiß nicht, sechs Stunden Sonne oder so. Und ich würde es tatsächlich nicht empfehlen, die Pflanzen hin und her zu schieben, sondern die Pflanzen auszusuchen für das, was dann da ist, weil ich einfach auch nicht jeden Tag, denke ich mal, die Töpfe umstelle. Und ja, also für meinen schattigen Bereich zum Beispiel habe ich mir dann trotzdem Pflanzen ausgesucht, die den Schatten vertragen, Schatten, Halbschatten und trotzdem insektenfreundlich sind. Also im Moment blüht zum Beispiel gerade die Nieswurz. Das ist auch so, ja, irgendwie eine sehr zarte, grün-gelbliche Blüte, aber die sehr üppig ist. Die habe ich von der Gartenturne mal bekommen, die war im Garten zu viel. Genau, dann habe ich noch den kriechenden Günsel, Hoster würden auch gut gehen, Lungenkraut, Gundermann ist auch eine super Gewürzpflanze, Frauenmantel würde gehen, einige Glockenblumen, also es geht auch im Schatten. Wirklich eine Vielfalt. Genau, wirklich mehr als man denkt. Und das sind wirklich auch sehr wertvolle Pflanzen für Tiere. Hast du die gemeinsam in einen Topf oder sind die alle einzeln? Ja, auch eine gute Frage. Bei mir kommen immer mehr Pflanzen in einen Topf. Ich wähle natürlich die Gefläse auch immer so groß, wie es halt ausgeht, aber bei mir sind meistens so zwei, drei Pflanzen in einem Topf. Das ist ja dann auch so schön, wenn es nicht nur eine Farbe hat, sondern einfach runter ist. Es gibt irgendwie mehr her, im Topf ist immer was los. Natürlich gibt es Pflanzen, die invasiver sind, die dann irgendwann überhand gewinnen. Dann gehört ihnen halt irgendwann der Topf alleine. Die Kapuzinergrässe. Auch da sammelt man seine Erfahrungen, genau, was dann mehr wuchert und so. Also ich merke gerade, der kriechende Günsel, der wandert sogar über mehrere Töpfe. Also der hat wirklich seine Ausläufer, den muss man ein bisschen bei der Hand nehmen. Ja, also das ist quasi eine Möglichkeit für den Schatten und auch auf den sonnigen, halbsonnigen Bereichen habe ich so Kübelkombinationen und habe mir da wirklich auch mal rausgesucht. Da gibt es eine ganz spannende Datenbank, wo man sich wirklich auch rauslesen kann, wie viele Insekten profitieren oder Insekten und Vögel eigentlich profitieren von dieser Pflanze. Ja, das ist die Seite NaturaDB, Natura Datenbank und das ist wirklich spannend. Das nutze ich jetzt schon ein bisschen länger und da habe ich mir zum Beispiel jetzt rausgesucht, wie Tiere von diesem einen Kübel profitieren. Ja, da habe ich reingesetzt den Wiesensalbei, Krokusse, das ist vielleicht auch noch was, was spannend ist für... Du hast Krokusse am Falkon. Genau, also ich mache auch ganz viel Zwiebel immer rein in die Tröge auch. Das ist zwar nicht immer so leicht, weil die Zwiebel brauchen eine recht durchgehende, stabile Feuchtigkeitssituation. Also das ist schlecht, wenn es mal ganz austrocknet, schlecht, wenn es zu feucht ist, also dann würden die Zwiebel irgendwann eingehen. Aber wenn man das halbwegs hinbekommt, da eine stabile Situation zu schaffen, dann kann man auch Krokusse und Narzissen und diese ganzen Frühblüher anbauen im Topf. Trinkt dann natürlich auch eine Blüte früh im Jahr. Sehr schön, ja. Genau, dann habe ich noch Bergflockenblume drinnen und Hornkeh und der Wiesensalbei, da profitieren zum Beispiel 48 Wildbienenarten davon. Ja, Wahnsinn. Alleine von dieser Pflanze und 10 Schmetterlinge und 20 Raupenarten. Das habe ich dann einmal so nachgelesen, weil es mich interessiert hat. Man beobachtet zwar immer wieder und es kommt natürlich auch darauf an, wie es im Umfeld ausschaut. Gibt es irgendwie Natur um mich herum in der Stadt oder bin ich der einzige grüne Balkon? Das spielt natürlich auch eine Rolle. Aber ich bin mir sicher, wenn ich der Nachbar wäre und sehe, was du für einen schönen Balkon hast, dass du mir denkst, so und jetzt fange ich aber auch an, das will ich auch haben. Ja, schön wäre es, wenn du. Also auch da kann man sich ein bisschen einlesen und das motiviert einen dann auch. Also es ist wirklich viel möglich im Topf. Ja, nicht nur Essen für sich anbauen, sondern auch Essen für die Tierchen. Hast du zum Beispiel irgendetwas geschaffen, dass du diese stabile Situation im Topf herstellst? Hast du irgendwas mit einem Wassermanagement schon irgendwie eingebaut, wo man dann nicht eben jeden Tag gießen muss? Da bin ich auch gießvoll. Aber wo es sich ein bisschen selbst reguliert? Genau, also das ist vielleicht für Beginner ein bisschen schwierig zu verstehen, weil man muss Abzugslöcher machen in die Töpfe. Von unten quasi. Von unten oder von der Seite. Genau. Meistens ist es von unten. Das ist ganz wichtig wegen Staunässe. Weil es man nach dem ersten Mal regnen, wenn man es nicht gemacht hat, dass man es braucht. Bedeutet aber natürlich, dass das Wasser abfließt und dass ich mir irgendwas überlegen muss, wie ich das Wasser quasi drinnen halten kann. Ich muss quasi eine Drainarschicht einbauen. Das sind ein paar Zentimeter unten am Topf. Das kann Blähton sein, das kann BIMS sein, unterschiedliche Materialien, die ich da quasi als Trennschicht einbaue. Dann lege ich meistens noch ein Gartenvlies oder Baumwolle über diese Drainarschicht und dann kommt das Substrat. Ja, dass ich am besten auch mit Material mischen kann, was Feuchtigkeit hält. Das BIMS ist zum Beispiel eine super Möglichkeit. Das ist ein poröses Vulkangestein. Das kann man sich so ein bisschen vorstellen, wie das Maiskorn das aufpoppt und zum Popcorn wird. So ähnlich ist das. Also es ist so, das kann da quasi ganz viel mehr speichern. Das kann man mit einmischen. Zum Beispiel Perlite ist auch so ein Vulkangesteins. Das kann man alles reinmischen. Schafwollpellets für den Stickstoffdünger. Das höre ich jetzt auch schon so oft. Die Schafwollpellets sind jetzt wirklich schon... Weit verbreitet. Total. Also ich mische mir eigentlich das Substrat oft selber. Ich habe dann so eine Mörtelwanne, wo ich das alles in Teilen zusammen mische und fülle das dann in die Pflanzdrüge ein. Und alle paar Jahre mal, zum Beispiel jetzt habe ich einen Balkonkasten mit Erdbeeren, da merke ich einfach, die haben die Erde aufgebraucht. Die nehme ich jetzt raus, schüttle die Erde ab von den Wurzeln. Die Wurzeln kann man auch ein bisschen einkürzen. Das regt dann das Wachstum auch ein bisschen an. Das ist ein guter Tipp. Und dann setze ich die quasi in die frisch gemischte Erde wieder ein. Und man braucht das nicht alles wegwerfen, sondern kann das quasi einfach wieder aufpeppen. Das ist super, diese Wiederaufbereitung, dass man da einen gewissen Kreislauf drinnen hat. Das muss nicht alles weg, was man glaubt. Nein, also bei mir kommt nie eine Erde weg, aus keinem Trog. Das wird immer aufgebessert mit Regenwurmhummus oder eben mit dem Hummus aus meiner Wurmbox ein bisschen dazu. Und das funktioniert top. Also das kann ich mir gar nicht mehr vorstellen, einen Blumenkasten eins zu eins in die Biotonne zu werfen. Also das ist keine Option. Bezüglich dem Kreislauf, da hast du mir auch einen super Tipp gegeben, weil du warst, die mir gesagt hat, beim Ausgeizen von den Tomaten, weil ich die ja häufig im Topf anbaue, soll ich das gleich zum Mulchen verwenden. Und ich habe das wirklich, ihr sind eigentlich immer ausgegeizt, zack, 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 hintere zum Kompost und das am Kompost geschmissen. Und dann mir wieder überlegen müssen, ach Gott, mit was kann ich nur mulchen? Ach, dann mulche ich halt nicht. So viel schlauer, das einfach gleich zack unten in den Topf ran. Ja, das kann man eigentlich mit jedem Rückschnitt machen, den man halt, also am Balkon ist es ja meistens so immer klein, da mal zick, zack und mit der Schere. Und man kann das einfach in kleine Stücke schneiden, ja, auch wenn das von den Stauden einfach Stängel sind. Und kann man einfach wieder direkt auf die Erde aufbringen. Also so funktioniert dieser Kreislauf einfach. Wir versuchen das im Topf so ein bisschen nachzuahmen, was bei mir sich aber jetzt eigentlich immer mehr durchsetzt. Dadurch, dass ich halt mehrere Pflanzen in einem Topf habe oder auch in einem Topf, zum Beispiel bei meinem Zierapfel. Da habe ich letztes Jahr einfach die Saatgutmischung von unserem Schmetterlingsparadies, wir haben da so eine Saatgutmischung ausgedacht, bei Natur im Garten, genau, das habe ich ausgebracht. Und das ist, das nennt man Lebendmulch eigentlich. Beim Mulchen geht es eigentlich nur darum, dass die Erde bedeckt ist. Damit das Wasser nicht verdunsten kann. Genau, dass das Wasser nicht verdunsten kann, dass mein Bodenleben geschützt ist. Und eigentlich ist es da jetzt immer grün. Also die Malwe, die buchert einfach nur wie... Das ist eine superschöne Pflanze. Braucht er einfach gar nicht mehr Mulchen jetzt eigentlich, weil es eigentlich immer bedeckt ist. Perfekt. Auch eine Möglichkeit. Und keine Konkurrenz für die andere Pflanze. Da braucht man sich nicht zu sehr sorgen. Kannst du mir eigentlich irgendeinen Tipp geben, welches Obst und Gemüse sich besonders für einen Gärtnern am Balkon eignet? Ja, also es gibt ja jetzt am Markt schon ganz viele Zwergformen und Säulenformen. Und man merkt schon, dass sich da auch einiges tut im Sortiment. Da kann man sich auch eigentlich wirklich austoben. Da werden Sorten gezüchtet, die für diesen engen Raum im Topf gemacht sind, die einfach auch nicht zu groß werden. Die natürlich dann auch nicht diese Erntemengen abwerfen, die man vielleicht vom großen Apfelbaum im Garten der Oma gewöhnt ist. Aber es geht ja darum, erstens diese Blütenvielfalt auf den Balkon zu bringen und auch einfach ein bisschen was zu ernten. Und ich finde, was sich super eignet, sind eben diese... Ich habe jetzt einen Säulenapfel, mit dem ich gute Erfahrungen mache. Die Kirsche ist vielleicht damals zu windig gestanden. Die habe ich mittlerweile nicht mehr, leider. Aber mit dem Apfel bin ich ganz zufrieden. Und ansonsten bin ich bei den Sträuchern eigentlich ziemlich schnell. Also Himbeere, Ribiesel, also Rote Johannisbeere. Genau, Stachelbeeren habe ich schon gehabt. Aha, Stachelbeere, ja. Genau. Super. Und ich habe jetzt eine Brombeere auch gesetzt. Also ich habe mich getraut, die in mein Hochbeet zu setzen. Das ist vielleicht keine gute Idee für viele. Die wurzeln schon ziemlich stark, oder? Ja, ich probiere das jetzt aus, aber ich habe hinter dem Hochbeet so ein... Ranggitter. Ein Ranggitter, wo ich das als Spalier ziehen will, meine Brombeere. Mal schauen, ob das geht. Oder ob sie mehr davon... Ich habe meine Himbeeren als Spalier so rauf, aber halt im Garten. Ja, genau. Und ich habe gemerkt, wie viele da von unten wieder rauskommen, wie viele junge Triebe und habe die dann auch schon fleißig verteilt an Freunde. Ja, es kann eh sein, dass ich mir denke, um Gottes Willen. Aber die Brombeere ist halt einfach wirklich ein tolles Gehölz. Also das ist für so viele Insekten wertvoll. Man kann die Triebe abschneiden, dann nisten dann auch noch Wildbienen drinnen, wenn man die in einen Topf steckt. Und sie schmeckt so gut. Ja, und sie schmeckt einfach so gut. Also ich finde auch dieses Naschen, einfach vorbeigehen und überall was kriegen. Also die Felsenbirne habe ich auch in einem Topf, die finde ich auch super, einfach als Naschobst. Aber wie machst du es dann zum Beispiel bei einer Brombeere, bei einem wirklich Obst, bei einem Säulenbaum, wie machst du es da mit der Erde? Topfst du den dann auch irgendwann einmal um? Wahrscheinlich würde ich den Apfel irgendwann mal... Also das Gefäß ist groß genug für ihn jetzt, aber ich würde einfach irgendwann das Substrat vielleicht aufbessern wollen. Vielleicht in ein paar Jahren, sage ich jetzt mal, in drei, vier Jahren. Aber ansonsten schaue ich einfach eher, dass ich das Substrat, was jetzt drinnen ist, erstens schon von Beginn an gut mische. Und ich schaue halt, dass ich durch Komposttee, durch das Mulchen immer mal wieder düngen, dass ich das einfach stabil halte. Da habe ich jetzt aber noch eine Frage, weil es heißt ja oft, man soll den Topf quasi an die Pflanze anpassen, damit oben auch was passiert und nicht nur das ganze Wachstum in den Wurzeln stattfindet. Wie ist das jetzt bei einem Säulenbäumchen? Wenn ich denen jetzt schon mal vorsorglich mir denke, okay, ich setze das jetzt einfach mal in einen großen Topf rein. Ist dann die Gefahr, dass es nur Wurzeln schlägt und sich untenrum ausbreitet und oben nichts passiert? Weißt du, was ich meine? Ja, nein, so funktioniert das nicht. Weil im Prinzip musst du es dir so vorstellen, das Ziel der Pflanze ist eigentlich, sich zu vermehren. Und das tun sie über ihre Früchte. Ja, jetzt in dem Fall, nehmen wir uns eine Himbeere vor, Sammelfrüchte. Und es wäre gar nicht im Interesse einer Pflanze jetzt ewig Viehwurzelwerk auszubilden und kaum Blüten oder Früchte zu tragen. Also die Energie geht dann schon auf jeden Fall nach oben und es geht der Pflanze immer darum, möglichst viele Blüten zu entwickeln, möglichst viele Früchte, durch die sie sich dann weiter vermehrt. Wir haben darüber gesprochen, welche eher Obstsorten und welche Sträucher man quasi einsetzen kann. Aber wie sieht es da mit dem Gemüse aus? Braucht der Gemüse zwangsläufig wie ein Hochbeet oder kann ich das auch in Töpfen kultivieren? Ich meine, beim Paradeiser weiß ich es, aber wie sieht es da mit anderen Pflanzen aus? Ja, also da wurden auch wirklich schon mittlerweile viele tolle Bücher geschrieben. Ja, es gibt auch das Handbuch zum Balkongärtnern, was voll ist mit Tipps zum Gemüsegärtnern am Balkon und das geht nicht nur im Hochbeet, das geht wirklich auch im Balkonkasten. Also es gibt wirklich auch Kulturen und da gehört auch lustigerweise das Radieschen dazu, wo man sich vielleicht denkt, mit der Knolle geht sich das aus und das habe ich aber auch schon ausprobiert, das funktioniert im Standard-Balkonkasten und die Salate auch. Also auch wenn man jetzt keine Möglichkeit hat, ein Hochbeet aufzustellen, das kann man auch in kleinen Töpfen machen. Der Balkonkasten ist aber für den Salat und das Radieschen eine echt lässige Idee, muss ich zugeben. Ja, und es schaut auch super aus. Und Radieschengrün kann man auch essen, das muss man bitte nicht wegschmeißen, das ist wirklich köstlich. Ja, super, genau. Also da kann man auch wirklich die ganze Pflanze ernten. Auch so einen Balkonkasten mit Vogelsalat mal anzupflanzen funktioniert auch super und das ist im Frühjahr eine tolle Kultur. Und man hat es gleich in einer schönen Reihe, muss man jetzt auch ehrlicherweise sagen. Ja, es ist super. Also ich mache das auch gerne in unseren Pädagogikprogrammen. Wir bereiten da auch immer die Saatbänder vor. Für Radieschen und Spinat geht das gut, auch für die Karotten kann man selber basteln. Wo die schon im richtigen Abstand sind, dann legt man das in den Balkonkasten rein, Erde obendrauf, angießen. Eine Karotte aber nicht, oder? Doch, Karotten auch, ja. Wirklich? Geht sich das aus? Da gibt es kleine Sorten. Ja, das stimmt. Also Karotten am besten tiefgründiger, das stimmt. Also Radieschen im Balkonkasten, Karotte eher dann im Tisch hochbeet. Und ja, was noch gut geht, also alle Arten von Blattgemüse ist super. Spinat, Salate, da empfehle ich immer die Pflücksalate statt den Kopfsalaten. Weil den Kopfsalat erntet man nur einmal. Pflücksalate kann man immer mal wieder was abzwicken. Ja, was man gerade mal braucht. Genau, Kohlrabi geht auch gut im Tisch hochbeet. Und genau, ich habe dann auch gerne eben… Kohlrabi auch, ja. Ja, geht auch, ja. Der ist halt oben recht ausladend dann. Aber ja, und von unten geht es eigentlich. Genau. Ja, was ich eben dann auch habe, sind diese Winterheckenzwiebeln. Das geht dann schon ein bisschen in Richtung Permaveggie, also permanentes Gemüse. Da gehört zum Beispiel auch der ewige Kohl dazu. Was ist der ewige Kohl? Das sagt man gar nichts. Ja, das ist… Genau. Ich meine, bei mir würde er ewig stehen, weil ich ihn nicht essen werde wahrscheinlich. Ja, das ist auch ein Kohlgewächs, ja. Geht ein bisschen in Richtung, ja, für viele schaut es vielleicht den Palmpkohl ein bisschen ähnlich, wo man halt die äußeren Blätter immer aberntet. Ja, und das bleibt halt über viele Jahre im Beet. Ah, das ist aber super, weil dann ist er gleich auch über den Winter drüber. Richtig. Na, das ist aber schon toll. Ja, also auch der Winterheckenzwiebel schafft das gut. Bei mir kommen jetzt auch, das ist vielleicht ein bisschen spezieller, aber ich mag auch so Ampfern ganz gerne. Die Schildampfer zum Beispiel habe ich jetzt, die kommt gerade wieder, treibt aus. Das ist sehr sauer, mag ich auch ganz gern im Salat. Also diese Vielfalt ist schön. Dann habe ich daneben eben den Schnittknoblauch noch stehen und genau, es geht viel. Also man kann sogar Kartoffeln anbauen in einem Pflanzsack zum Beispiel. Ja, wobei, es gibt ja die Kartoffelpyramide, wenn die nicht mit dem Boden verbunden ist. Doch, das kann ich mir schon vorstellen. Ja, ich freue mich auf den Saisonstart. Die wichtigsten Punkte für mich noch einmal zusammengefasst vom heutigen Tag. Wenn wir in die Saison starten, ist gut, dass wir Pflanzen wählen, die für viele Arten sinnvoll sind. Dass wir die auch gut mischen können miteinander. Dass wir am Balkon die Möglichkeit haben, Pflanzen einzusetzen, die einfach ganz andere Ansprüche an einem Boden haben. Wo ich dann wirklich eben eine Brombeere, eine Stachelbeere, eine Heidelbeere, ganz unterschiedliche Ansprüche vom Böden trotzdem auf so kleinen Raum zusammensetzen kann, sozusagen. Und was halt wichtig ist, ist einfach sich auszuprobieren. Einfach zu schauen, was funktioniert, was funktioniert nicht so gut. Welchen Standort wähle ich? Welchen nehme ich vielleicht im nächsten Jahr anders? Einfach sich ausprobieren und genießen. Genau. Martina, hast du noch einen Tipp, eine Gartenweisheit, die du uns mit auf den Weg geben möchtest? Ja, ich würde das gerne sagen. Ich habe das bei einem Vortrag vor kurzem gehört. Und zwar ist das ein Sprichwort, ich glaube ein afrikanisches. Das heißt, wenn viele kleine Leute an vielen kleinen Orten viele kleine Dinge tun, dann kann sich viel verändern. Und ich glaube, dass wirklich die Stadt und die Balkone und die Fensterbretter da in Zukunft eine ganz wichtige Rolle spielen. Ja, super schönes Sprichwort. Absolut. Danke für diesen Abschluss, für diese Weisheit. Das ist wirklich nett. Ja, herzlichen Dank Martina, dass du heute bei mir im Studio warst und mich wieder mal mit deinem Wissen bereichert hast. Danke. Habt auch ihr eine Frage zum Thema Balkongärtnern zum Start in die Saison, dann meldet euch gerne. Die Telefonnummer sowie die Mailadresse habe ich euch wie immer in den Shownotes notiert. Schreibt mir gerne via Facebook oder Instagram, was ihr auf eurem Balkon wirklich schätzt, was ihr da drauf kultiviert, wie er aussieht, was euch da einfach Freude macht. Ich freue mich schon auf eure Nachrichten. Da bleibt mir nichts mehr zu sagen, außer pfiert euch. Schön, dass du dabei warst. Bis zum nächsten Mal bei Reden wir Natur, der Natur im Garten Podcast.